Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder eine Runde Virtuasi zusammen mit M.G. Guten Tag! Und wir sind in Kapitel 3, technische Unterstützung. Uh! Mal gucken, ob das auch nur drei Kapitel sind bei dem Ding. Werden wir sehen, ne? Jop. Ich werde dir wissen, wenn es safe ist. Okay. So, dann stürmen wir mal los. Bist du? Da ist ne Mine. Ich hab sie mal lieber ausgelöst. Okay. Ich wechsel. Oh, fuck. Hier war auch noch ne Mine, oder? So, pass auf. Minen sind immer noch am Boden. Ich hab' eine ausgelöst. Das Ding muss ich durchsuchen. Ja. Mach du. Ich hab' ne Karte. Hold up! Am I clear to come through? Alright, Green Gob, let's go! Woher müssen wir denn? I'm coming through! Gute Frage. Oh, er kommt. Wir müssen ihn schützen. Achso. Ich hab' auf ihn geschossen. Fast! Nah dran und doch vorbei. Müssen wir dem jetzt hinterherladen. Oh, hier ist Moon. Super. Nimm dir Medikip mit. Hab' ich schon. Automatisch eins am Anfang immer. Komischerweise krieg' ich immer eins am Anfang. Automatisch. Normalerweise. Oh, Hilfe! Wo ist er denn? Das war zu nahe. Oh, ich bin runter! Warum bin ich jetzt da? Nein! Hallo? Er stirbt nicht, ja? Ach, ich bin infiziert. Ich ffeil mich gerade schnell. Ja, mach das. Wir müssen weiter. Ich nehme mir hier noch so'n First-Equipment. Und Moon. Okay, warte. Äh... Sturmgewehr. Perfekt. Ich muss die Dings überbringen. Ah, hier ist auch noch Moon und sowas alles. Hier ist... Ein automatisches Geschütze hab' ich dabei. Nice. Was? Du wirst'n Verteidigung gerichten hast... Kannst du den aufbauen, den Turm irgendwo? Hab' ich, hab' ich. Ah, hast du schon? Hab' ich gerade erledigt. Ja, weil wir halt im Mord die Lautstärke abmachen. Noch mehr Verteidigung errichten, oder? Naja, wir warten nur eine gewisse Zeit dafür. Da hinten kommt die Eliminierung. Wuhu, da kommt viel. Wenn du mitkriegst, dass du das Geschütz nicht mehr schießt, musst du nachladen. Ja, bei den Dingern geht das, denke ich. Nee, bei den, die zum Selberschießen geht's nicht, ne? Die sind dann einfach weg. Ja, automatisch den kannst du nachfüllen. Ja. So, auffüllen. Bauen sie sich da hinten schon wieder auf. Ich muss mir mal noch den Bunker holen, ne? Bunker, ab in den Bunker, ab in den Bunker. Ja. Ich hab' noch Muni mitgenommen. Ich komm, ich komm, ich komm. Bin da. Hat das nicht immer gereicht, mein zweiter Mann? Wohl bei dem nicht. Die dauert halt wieder so lang, bis zum Zumachen. Nee, unsere beiden Mails da draußen totliegen. Dicker, 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 dicker! Scheiße! Okay, die sind jetzt einfach tot, scheinbar. Ja, sind sie. Okay. Da müssen wir unser Bestes zu zweit versuchen. Zusammenbleiben. Hier könnte ich interagieren. Hier ist wieder ein Geschütz. Hier, wer war zum Interagieren? Soll ich? Ja. Da hin? Da hin? Die sind wieder da. Die Mails sind wieder da. Ah, super. Ich nehm Munition mit. Hier hinten ist Munition. Oh, ich komm. Hilfe! Ich wollte gar nicht die Waffe wegziehen. Ah, hier ist die. Die klettert nach vorn rüber! Geh auf die Seite, Fresh! Achso, das ist das Geschützte. Ja, fuck! Kann mich irgendwer retten vielleicht? Hallo? Bin dabei! Oh, das war knapp. Gar nicht kurz. Wie man da? An dem Tor da unten sind wieder ein Haufen. Okay, in die Richtung verteidigen. Hier, hier, hier. Ja, ja. Ich brauch Muni, 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 Muni. Ja, ich nehm auch welche mit. Und ich hol mir noch so ein First Egg Kit. Also nur, dass ich es hab. Ich war ein Weil. Okay. Ja, sieh. Achso, 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 achso. Achso, 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 achso. being. nochmal muni holen wir müssen hier hinten hin wo ah hier ich hole mir erst muni schön dass die zwei noch draußen waren wirst du den ding eingeschalten hast die kopp probieren hier weg jetzt ein sturm karabiner ich nehme mal mit um zu testen der ist gut der sturm karabiner vor allem wenn er aufgelistet ach das ist wieder so ein verteidigungs ding hier ich habe hier zwei sachen gefunden eine kiste eine stroflinne und schienpistole und ich habe eine dinge entsetzt wieder stationäres geschütz soll ich drücken warte ich stelle es noch auf hier ok hast du gedrückt wir müssen jetzt wieder einen doktor protect ja ich komme hier kommt ein bisschen was du hier zum glück munition ich muss wieder etwas interagieren ich habe unsere mails ich glaube konsola aktiviert ist irgendwo ein dicker glaube ich aber kurz haben wir jetzt geheilt dicker da jetzt kommen glaube ich ein paar ihr habt die tür hinten geschlossen da unten kommen welche so macht der geschützt wird ja doch noch sind hier aber sie hochklettern aber wie laut da schreit schon wieder jemand das dann ja habe ich getötet ich gehe rein wo läuft der ich weiß nicht hier vorne ich muss mir mun holen hilfe er vermint alles jetzt ruhe oder wie macht die tür noch alle zu wenn es geht ich muss hier unten aktivieren ich bin da komm hoch ich bin hinter dem ding hier hinterm green er macht nicht wir hier auch da reiche das doch ok wir müssen hier rüber oh du bist es schon ja wir sind ein paar stationäre geschützt ich wollte gerade sagen da drüben ist auf jeden fall auch was Der Dicke hier. So, Hochspannungsnetz hier. Ich habe ein automatisches Geschütz hier. Hier war glaube ich noch so ein Hochspannungsnetz. Oh, ich muss mich heilen. Wir müssen das schnell machen hier. Wir haben wenig Zeit. Hier kann ich noch eins einrichten. Der Zaun ist auch Hochspannungsnetz. So, es sind hier noch irgendwo Verteidigungen. Ich habe keine gesehen. Ich gucke mal hier noch nach Waffen und Moon. Ich packe hier noch ein paar Dings hin. Die ist auch schon offen. Hier hinten packe ich auch noch Claymars hin. 40 Sekunden noch. Das sollte reichen. Wo liegt die Munition rum? Hier. Da ganz hinten. Wo Kampf starten fast daneben. Hast du ein Medikit? Ja, habe ich. Okay, passt. Hier wäre noch eins, wenn es ist. Nein, zu weit kommt. Am Ende kommen die da gar nicht raus. Falls hier durchbrechen, mache ich hier noch. Und hier. So. Ich glaube, wir sind erst mal ganz okay ausgerüstet. Ja. Phoenix, we are under attack. Phoenix! I hear you, Alpha. We need you back. Air defense is down. Copy, Alpha. On my way. Okay, irgendwo kommt noch ein. Drei Minuten müssen wir Position verteidigen. Die ersten 10 Sekunden sind schon geschafft jetzt. Da kommen sie. Wo? Oh, da hat doch keiner mit gerechnet. Da oben rechts, die Treppe ist noch ein MG. Hinter dir, Flash! Woher kommen die schon? Ich kann mal hier ein bisschen vorne euren Thämer legen. Ja, mach das. Ja. 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 Da haben welche einen Alternativweg gefunden. Oh, fuck. Eliminiert. Nice. Ich mach mal hier nochmal. So, sterbt. Oh, oh. Irgendwas dickes haut auf mich ein. Oh, ja. Irgendwas dickes war gut, ja? Der Bulle? Der hat mich, der hat mich da nicht weghauen können. Aber wahrscheinlich nicht, weil du am MG standest, oder? Ja, wo kommen die nächsten? Da? Das Schlimme ist, ich brauch Moon. Wo ist Moon? Moon. Ja, ich muss mich auch mal weghauen. Da hinten. Ich muss mich auch mal weghauen. Wow. Einer wurde gestromt. Wo war der noch? Moon hier hinten, ne? Ja, ganz hinten beim Tor. 25 Sekunden noch. Ja, easy. Da hinten kommen noch mal welche. Ich hab einfach oben reingehalten, als die da langgerannt kamen. Ich glaube, ich hab wieder ordentlich Kitzel. Entferne Zombies aus dem Evakuierungsfall. Eben die letzten, natürlich. Ein dicker hinter dir, Fresh. Okay, zum Moon-Farber. Wo ist der? Ah, hier vorne. Ich nehm mir auch noch mal Moon mit. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ist vorbei jetzt hier. Glaube ich. Ja. Das ist immer ein Zeichen für, ist vorbei. Oha, was ist da passiert? Sieht wie Napalm aus. Alter. Geiler Scheiß. Was? Du hast mehr killed? Ich hab, ich hab jedes Mal die, die... Alter, 100 mehr. Ich hab jedes Mal das MG besetzt. Naja, mit der MG schon reingehalten. Vernichtung ist es für 210. Ja, ich hab wieder 68 Kopfschüsse. Ich hab sogar den wenigsten Schaden bekommen. Da ist es bei dir. Aha. Level 8,5. Und das Kampfgewehr ein bisschen weiter und das nicht mal voll. What the fuck? Sturmgewehr. What? Sturmgewehr hat nix bekommen. Oh, Pistel. 100% mehr Schaden mit einer Explosion. Ja, ich weiß, was ich nehm. Ich hab nur Klassenanpassung gekriegt. Ja, das war bei mir auch klasse. Okay, ich hab jetzt 300 Punkte. 300, warum? Ich hab jetzt, äh, ich hab, glaub ich, einmal gespart. Und das nächste Ding wär in Moskau. Ja. Das ist bei Jerusalem quasi durch. Und auch mit der Folge durch, Freunde. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nix verpassen wollt, ein Abo. Shoutout bei Gaming Nenders vorbei. Bis dann, hört rein. Ciao. Ciao. Ciao.